Ihr wisst, dass es viel bedeutet, dass ich mir wieder Riot runtergeladen hab. Ja nur weil ich gefragt hab. Schlechte Erfahrungen oder was? Die Cheat-Software schickt halt alle Daten, die du hast, nach China. Oh nein. Dann müssen wir mit dem Patrick mal reden, ob das so legal ist. Ich glaube ja. Irgendwie werden sie es reingeschrieben haben in die ALGBs und Datenschutz-Erkrankungen. Das ist immer noch aufwärmrunde, okay. Hallo, sorry, die 99% aller Apps nehmen alle Daten auf, also. Ja, aber ich hab halt am PC wirklich vertrauenswürdige Sachen. Du, deine Pornos kennen wir alle gar. Naja. Meine selbstgemachten? Ja. Ja, denn vorher muss ich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Hast du Pornhub Prime oder wie? Das auch, ja. Ja, aber doch mal kostenlos letztes Jahr. In der Pandemie. Ich würde ihn für einen guten Zweck. Ja, ich erinnere mich. Das ist wieder ihr Sturm gewesen, oder? Das ist wieder ihr Sturm gewesen, oder? Nochmal? Das ist wieder ihr Sturm gewesen, oder? Äh, WDR. Stimmt. Wenn nee, dann sollten sie Flo einstellen dafür. Ich hab mich gekillt, geil. Komm. Ich hab Paul gekillt, geil. Ja. Wer? 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 Oh, ich hab Michi getötet, geil. Oh, ich hab Michi getötet, geil. Was ist das denn? Das ist gar nicht gut. Keine Ahnung. Michi hat mich getötet, auch geil. Was ist das denn? Hm. Oh, fuck, was geht los? Kämpft! Hm. Okay, erster tot. Was ist das? Scheiße, nein! Ach, fuck. Ja, verdammt. Oh, da hat einer, jemand anderem mit dem Messer gekillt. Bei Vorkommen in so einem Spiel. Erst tot um. nein nicht den rahmen wird nicht mehr so zart zu dir sein die runde ist nicht meins das ist gut nein was ist denn ja los bitte scheiße ich mit der maus oder tastatur hängen geblieben der thomas nix der one shot punkte gezielt richtig das hat mich trotzdem erwischt als ich habe den typen der nur mit messer um alles kürzlich michi thomas erwischt so schön gerade in thomas eine reaktion das bringt doch alles nix wenn der michi um die ecke kommt jetzt ja okay beim nachladen lässt deswegen mir immer dauern hier nicht dauerfeuer sondern konnten kontrollierte thomas erschossen worden das war es meine shooter karriere ist vorbei mit messer die man zu können ja dann habe ich eben auch erledigt ja schon viermal erledigt also ich habe ihn einmal bewusst erschossen der eine heißt reinstecken okay ein schelden der böses dabei denkt du da ist eine gruppe die schlechten mit messer über die über die map die laufen sind drei vier leute zusammenlaufen habe ich gerade gesehen ja ich weiß es nicht das kann die säcke ja weiß es können ich war kurz aufk ja ramen das war's wohl dann ich bin ich ein kill mäßig eigentlich 12 kills ach man schon besser als ach komm ganz sicherer kill und ich da kommen sie von beiden zwei seiten haa michi tja das gibt es doch nicht doch bei roller der spruch wird doch nie alt ach michi lass dich doch killen muss das sein komm lass dich doch killen michi halt noch ja thomas ich geh auch gegen michi grad anwiegen ich hasse Flo haa no ich hasse Flo grad wieso nein genau jetzt muss ich nachladen weil du mit deinem scheiß charakter um die gekommst ja und dann hast du einen spielschau ne was kann mein charakter dafür hey rahmenblut was war das denn für ne option hier 10 kills bankels oh gott dein fehler yup yes ah fuck alter man ach komm er ist mich alter paul was ist los mich nicht besser schütze ich dich schon vorher liegt wieso beschwerst du dich nur ein paul dich erschießt wenn ich dich erschießen reagierte gar nicht ja ich habe nachgeladen und stadt mit besser vor dir thomas hat mich erledigt das sagt ja ich habe mich nicht verbessert aber nicht verschlechtert von den kills ich habe mich um zwei kids verbessert oje was hast du jetzt drei ich war schlechter noch mal bei einer halben stunde alles so ich habe keinen bock auf deathmatch jetzt also noch mal ja noch mal ich muss meine wertung verbessern das geht so nicht das ist gut wie du bist unter paul in der gesamtwertung es gibt es jetzt warte ja